so hallo meine lieben also ich sage euch wie es ist ich kündige jetzt hier mal wieder mein großes deck für die kommende woche an das ist ja was was ich meinen lieben kanalmitgliedern zur verfügung stelle als kleines dankeschön dass sie sagen okay dem patrick da schließe ich eine kanalmitgliedschaft ab der tut und macht so viel auf youtube da kann ich schon mal drei oder zehn euro im monat in die kanalmitgliedschaft investieren und dafür gibt es ja auch immer speziallegungen für die premium mitglieder und für alle mitglieder gibt es natürlich auch immer sonntag dann das große deck und das stelle ich jetzt hier vor weil youtube das mit den benachrichtigungen für die mitglieder nicht so richtig drauf hat aber ich kann euch jetzt schon sagen es steht ganz viel im zeichen der änderung der veränderung an für dich nächste woche zum positiven also was auch immer nächste woche für chancen für möglichkeiten da sind nimm sie wahr ich will jetzt nicht zu viel verraten aber es ist ein gutes deck geworden da liegt eine schöne neue chance drinnen nächste woche und ja wenn du kanalmitglied bist wünsche ich dir schon mal viel spaß beim gucken wenn du noch kein kanalmitglied bist und jetzt gerade eben denkst was das denn überhaupt da kannst du mitglied werden indem du einfach auf youtube gehst oben in die suche mein kanal eingibst dann einmal auf meine visage klickst dann auf mitglied werden dann kannst du aussuchen ob du range supporter oder premium supporter werden möchtest und schon stehen dir alle videos zur verfügung ich freue mich wenn ich dich begrüßen darf und wünsche dir jetzt trotzdem einen wunderschönen sonntag macht's gut bleibt stabil und bis zum nächsten video joo